Callgamer Production. Willkommen auf der Spiele-Seite der Machen. Weil hier konntest du nach oben, da und dann da durch. Ja, das geht natürlich auch, aber tauchen wäre auch eine Option. Tauchen glaube ich nicht. Boah, Alter, warum ist das denn so grau? Das Feld of View ist gerade ein bisschen komisch. Ja, vielleicht kannst du da auch hoch. Dann geh da hoch. Nee, wir sind doch hier wegen Keith. Sind wir doch hier runtergesprungen. Sind wir? Ja, sind wir. Ich kann mich noch gut erinnern. Weil wir die Aufnahme drei- oder viermal neu aufnehmen mussten. Achso, okay. Ich weiß das noch. Das war diese eine Nacht, wo wir bis vier Uhr morgens einfach diese scheiß eine Aufnahme aufnehmen mussten. Kannst du dich nicht erinnern? Doch, ja, nein. Weil wir immer wieder Render und alle möglichen Fehler bekommen haben. So rum. Siehst du? Wie herrlich. Da ist die Tür genau. Aber hier kommen wir nicht mehr durch die Tür. Achso, kommen wir da wahrscheinlich weiterlaufen. Hier war ja ein Relikt, das weiß ich ja noch. Das habe ich ja auch immer wieder geholt. Ja. Da war das. Da ist der Schrein. Ja. So, jetzt müssten wir nur hier irgendwie rauskommen können. Bestimmt. Hab Vertrauen. Die Macht wird uns leiten. Da guck siehst du. Die Macht leitet uns. Die Macht leitet uns. Die Macht leitet uns. Das ist auch so ein Spruch. Den habe ich die letzten Tage bei SW Tor mal rausgehauen. Da habe ich mich mit einem unterhalten. Da ging es darum, äh, von wegen, der hatte so total was dagegen, dass er den nächsten mal wahrscheinlich mit Franzosen schon zusammenspielen muss. Okay. Und dann hatte ich so geschrieben, ja. Dann, was passiert dann? Der und der hackt die Franzosen. Ein ganzes Land geht unter. Wegen SW Tor. Meinst du, das ist noch nicht hacken? Ich sage, ja. Aber wann würde es so weit kommen, dass du es tun würdest? Ja, okay. Das wäre nur eine Frage der Zeit. Siehste? Die Macht es stark in mir. Die kann in die Zukunft sehen. Mach einen Wingsuit und mach einen Fallschirm. Ne, ist zu niedrig. Ach, das klappt. Springe einfach in das Loch rein und Wingsuit und dann einen Fallschirm und dann gib ihm. Ist zu niedrig, sag ich jetzt schon. Ich habe eben genau quasi aus derselben Höhe den Fallschirm gezündet. Du musst natürlich den Fallschirm auch, äh, ja siehste. Mach auf. Ja, okay. Du kannst natürlich auch so landen. Ich lande lieber so, ja. Ja, aber... Ne? Mit der Wingsuit und der Scheiß. Total unterschätzt von uns. Fast nie eingesetzt. Jetzt wird der Overused fertig. Die Gott. Ach. Gut. Ups. Stirb. Auch noch eine Frau. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Auch noch eine Frau. Hat jemand gesehen, wie er diese Frau erschossen hat? Hier. Bitte. Ja, so South Park-mäßig, ne? Ja. Ach Gott. Oh, oh, sie ist tot. Das sendert mich an Karl das Lama. Nein. Karl! Nein, viel besser. Das tötet Menschen. Oh, oh, wusste ich nicht. Nein, nein, nein. Das ist viel besser. Jetzt hättest du dich eigentlich daneben knien müssen. Die Leute hätten angelaufen, äh, äh, hätten kommen müssen. Und dann hättest du nur noch sagen müssen, er ist tot. Okay. Ja, Karl das Lama ist schon cool. Ja, ich weiß. Hast du den zweiten Teil gesehen? Ja. 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 Worin steht? Warum ist das Brotrot? Würdest du mir glauben, wenn ich sagen würde, es wäre Ätheriur? Nein. Äh, Brotnektar. Einige von Gottes Tränen. Was? Ja, gut. Ist das nette alte Ehe-Post. Sie macht 211. Was? Ja, ich hatte Hunger und sie waren so lecker. Nein. Äh, äh, sie waren unverschämt. Und dann hat er doch noch gesagt, ich entschuldige mich nicht für Kunst. Was? Du könntest Schnellreise machen, hier nach Rechtsaar. Ja, ich gucke, ob wir hier gerade nichts vergessen haben. Nö. Hier haben wir noch was. Das könnten wir mit Schnellreise eben kurz abkürzen. Aus dem Auto herausgeportet quasi. Ja, wir sind halt, wir können es halt, ne? Ohne Scheiß, das mit Tor, das finde ich ja ein bisschen traurig, dass das Spiel jetzt dermaßen herabgestuft wurde vom Schwierigkeitsgrad und so. Ja. Denn, äh, leider ist das dieselbe Scheiß, äh, der bei... Es gab ja schon mal ein Online-Rollenspiel. Okay. Äh, Star Wars Galaxies. Das war auch sau schwer, weil du musstest erstmal als irgendwas anfangen. Also als Schmuggler, als Kopfhärtjäger. Und bis du einen Jedi, also eine Machtanminder, spielen konntest, musstest du mit dem Charakter quasi einmal komplett durchspielen. Und das hat lange gedauert, ne? Deswegen, das war so eine quasi schon richtig Fleißausgabe. Es war nicht leicht, so einen Jedi zu machen. Wenn du den aber gemacht hast, warst du quasi der Prängel überhaupt. Okay. Also mit so einem Lichtschwertanwender, äh, hatte auch mal so 10, 20 Leute, machte der auch mal alleine platt. Nice. Das war schon, äh, also da war das noch so, da warst du als Jedi natürlich dementsprechend auch... Ja, klar. ...hoch im Wert. Ähm, das ist leider genau denselben Weg gegangen wie SWTOR. Leider. Ja. Und, äh, das ist... Da hat... Da wurden nachher halt auch die ganzen Server dicht gemacht und so. Und, äh, da gab's nachher noch ein ganz großes Community-Treffen, wo die Leute halt Tschüss zueinander gesagt haben und so. Okay. Fand ich eigentlich recht nice, dass die da so drauf eingestellt waren. Oh. Mal mit der Community-Treffen und dann so mal Tschüss sagen zu den ganzen Leuten, mit denen man da gespielt hat und so, die man eigentlich nicht kennt. Ja, klar. Fand ich schon recht nice. Und ich hab leider, leider ein bisschen Angst, dass das bei Thor jetzt ähnlich wird. Meinst du? Ja, also, äh, je nachdem. Ich weiß ja... Ich hab jetzt schon gehört, dass, äh, Jakai Sword, das ist einer der Server, dass da quasi gar nichts drauf los ist. Deswegen wird da... Soll der ja... Sollte der ja zusammengelegt werden. Ich weiß jetzt ja auch nicht, wie viel an... Ja, fahr mich doch um, Alter. Ich fühl mich schon wie bei GTA. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel da dran ist an diesen Gerüchten, von wegen, dass man, ähm, dass man alle Server zusammenlegen will. Mhm. Ähm, wenn dem wirklich ist, dass die alle Server zusammenlegen, könnte das positiv, aber auch negativ für die Community sein. Weil... Ja, dadurch, dass da halt so lange ne Trennung drin hatten, ne, da können sich viele nicht mit anfreunden, weil sie dann halt, äh, weil dann quasi Englisch ne Mus-Sprache wird und wir reden hier von vielen Minderjährigen, die halt auch da sind. Achso, ja, klar. Ja, das ist ja, seit es free to play ist, muss man halt damit rechnen. Und, äh, es ist nicht so ein Spiel wie Eve, weil Eve war von vornherein schwer, war von vornherein für jüngere Semester ein bisschen unertraktiv, würde ich jetzt mal behaupten. Und dadurch hat sich so eine gewisse Altersklasse quasi für das Spiel interessiert. Ja, klar. Und dadurch hat das ja funktioniert. Ja, jetzt hör ruhig weiter, ich hör dir gerne zu. Ja, ich weiß. Aber, wie gesagt, man muss mal, man muss mal gucken, wohin das führt. Ich persönlich hoffe, dass das Spiel weiterlebt, einfach weil die Storys ja doch recht unterhaltsam sind. Im Vergleich zu anderen Aminos. Wie gesagt, von Guild Wars kann ich dir noch nicht mehr wiedergeben, was ich da eigentlich gemacht habe. Ich bin da einfach nur die Questlines langgelaufen, eigentlich war's mir scheißegal, was ich da mache. Das Auto packt sich selbst. Ja, ist das Herbie. Das ist Herbie. Herbie, voll in Fahrt, das ist auch ein guter Film. Zwar uralt und alles, ne, aber trotzdem geil. Ich bin momentan am überlegen, ob ich mir irgendwann die ganzen James Bond Filme kaufe. Ja, ich würde nur die mit Robert Piersman oder wie er auch immer heißt. Piers Brossman. Piers Brossman, genau. Ich weiß auch nicht, wieso ich Robert immer zu ihm sage. Robert! Er ist halt ein Robert. Er ist Robert Baratheon. Er sieht aus wie ein Robert halt, ne? Er ist Robert Baratheon aus dem Hause. Stark. Nein, Baratheon. Baratheon, ja doch. Aber Robert Stark war auch ein cooler Charakter. Schade, dass er tot ist. Spoiler. Spoiler Alert. Was weiß sowieso jeder. Ich könnte ihn noch weiter spoilern. Wie gesagt, ich weiß ja sogar Sachen, die noch gar nicht in der Serie vorgekommen sind. Nein, nicht spoilern. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte, Alter. Ohne Scheiß, verbringt mal einen Abend mit so einem Typen, der die Bücher gelesen hat und dann lasst euch von dem mal beschallen. Der wird euch schlecht, ich schwöre es euch. Wie kommen wir jetzt da rüber? Ah, meine Frage hat sich gerade selbst beantwortet. Vor mir aus. Wiii! Komm, Indiana Jones Mucke. Kannst du das Seil auch in Umgekehrterreihen vorgenutzen? Nee, ne? Nein. Okay. Wie willst du da hochkommen? Ja, ich weiß nicht. Langrobben. Ja, so clever ist Jason noch nicht. Ach so. Ja, ich dachte mal, Lara so clever ist, ne? Aber gut, Miss Croft reißt auch regelmäßig Ruinen ein. Ja, die ist halt ein bisschen weiterentwickelt, weißt du? Ja, ist auch immer, ne? Lara Croft ist quasi der selber Widerspruch wie Jedi. Jede sind Hüter des Friedens, sind ewig in Scheiße verstrickt. Und Lara Croft ist Archäologin und reißt andauernd archäologische Ruinen ein. Ja. Ohne Scheiß, wenn du die Spiele so spielst, dann kannst du genauso gut das Spiel nennen Abrissunternehmen Croft. Oder Abrisssimulator 2017. Ja. Oder 2018. Ja, das passt ultimativ, Alter. Ohne Scheiß. Wenn ich überlege, wie viele Ruinen ich weggerissen hab, ne? Die guten Ruinen, ne? Andere Forscher hätten sie auch untersuchen können. Lara so, ne? Ich bin fertig damit, jetzt braucht die keiner mehr. Jetzt soll sie keine mehr sehen. Ja, fertig. Das sind meine Ruinen. Meine allein. Ja, es ist schon eine Kleptomanung, so eine kleine Bitch, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Ach, zu köstlich, ohne Scheiß. Weißt du, das ist das Coole? Warum hat er sich grad so auf seinen Arsch gesetzt? So Arschbomben-mäßig. Ja, das war ich. Wollte er einen auf Mario machen? So Arschbomben auf den Boden machen und hofft, dass eine Münze kommt? Vielleicht. Vielleicht. Wer weiß. Ohne zu zielen hab ich die beiden fertig gemacht oder auch nicht. Oder auch doch. Das war so halt das dramatische, äh, ich bin tot, jetzt bin ich tot. Ich finde Film-Torode teilweise recht amüsant. Ich auch. Der Beste ist von Ossi aus, äh, ab durch die Hecke. Must move to the light. Beste, Alter. Ja, aber ihr Visier, ihr Pisser. Explodier! Doch, was, das war eine geilste Reaktion. Erstmal die Tür voll am Kopf hauen und so. Wie, wie der hat rausgefüllen. Hi, Jungs. Okay, wir sollten nicht zu viele zivilisten töten, sonst kriegen wir den Game Over-Bus-Screen. Aber wir müssen noch ein bisschen Angst vor Steck verbreiten. Ja, weil wir sind, weil wir sind Batman. Ja. Wir müssen Mythos werden hier auf Amanaki, beziehungsweise auf der Insel. Ach ja, köstlich. Ne, aber auch so eine ganz lustige, so lustige Frage ist ja, warum kriegt DC es hin, so geile animierte Serien, also Filme zu machen? Aber so in Real Life nicht, ne? Ja, ja, so Real Life-Film-Krise einfach nicht geschissen. Ich glaube, ich glaube, das ist viel mit den Drehbuchertoren zusammen. Ja, das ist das, das ist das Geile ist ja, ne, dass sie, dass die Animation, also die meisten Animationsfilme, die hängen fast alle zusammen. Okay. Das ist total abstrus, ne, dass die das da hinkriegen, aber in den DC-Filmen nicht. Ja, ich denke mal, da haben sie einen anderen Fokus auferlegt. Ja, natürlich. Wir fokussieren uns auf Kinder im Alter von 18 Jahre. Bitte was? Das sind doch noch fast Kinder. Er ist doch noch ein Kind. Ey, er ist 32 und wohnt immer noch bei seiner Mutter. Ja. Erinnert mich irgendwie an dieser How I Met Your Mother-Folge, wo er die eine Alte trifft, nachdem er da von seiner Alten am Traualtar wurde stehen gelassen, ja? Und die so meinte, ich schlafe momentan bei meinem Bruder. Er klaut mir doch auf die Decke. Das ist ungefähr, ja? Eine Kanone. Lass uns alles aufs Korn nehmen, Alter. Hat nicht gut geklappt. Scheiße. Ohne Scheiß, ich bin Wingsuit-Affin. Nennt man das so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich auch nicht. Hi, ihr Pisser. Zwei mit einem Schuss. Das ist eigentlich eine Trophy wert. Jetzt ohne Scheiß. Ich finde, das ist eine Trophy wert. Ja, ich bin halt ein Sniper. Der extra Klasse. Sehe ich. Ja, einen Fehlschuss kann man sich erlauben, weil die Buben habe ich jetzt gut abgelenkt für die. Immer vor das Zielziehen. Der war schön. Okay, du hast du letztes Magazin drin. Ja, dann lassen wir die Buben mal Buben sein. Die Buben mal Buben sein, okay. So, haben wir da sonst noch irgendwas weiter? Da oben haben wir noch ein bisschen, ja, okay. Haben wir noch drei Artefakte in der Höhe? Weiter rein. Wir haben mehr. Aber auch noch ein zu viel. Drei, fünf, sechs Stück. Ja, den Rest haben wir noch nicht gekauft. Naja. Ich glaube, aber hier unten war auch noch was. Meinst du? Ja. Da sind auch noch mal ein paar Stücken. Acht, neun, zehn. Also wir haben noch ordentlich was zu tun. Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal oben fertig, wa? Hier? Ja, machen wir erstmal oben fertig, weil dann haben wir die Region komplett sauber. Würde ich jetzt sagen. Gucken wir mal machen. Dann kann man da auch mal die Nebenmissionen abarbeiten. Also ich würde das Bereich für Bereich machen, grundsätzlich. Mhm. Weil ich habe das bei Assassin's Creed Unity gemerkt, da wurden wir ja quasi auch nachher von diesen ganzen Aufgaben-Arschlagen. Ja. Und dadurch hatten wir nachher überhaupt keinen Bock mehr, die zu machen. Und deswegen mache ich ja im Moment da auch Bereich für Bereich. So, Auto, transformier dich in ein U-Boot. Los, James Bond. Aber Pierce Brosnan, der war für mich einer der besten Bonds. Neben John Connery. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich wirklich mir beschließen sollte, mir die Bonds-Filme zu holen, dann hole ich sie mir auch alle. Das ist schon aufgrund der Affinität, Perfektionismus und so. Nein, ich würde nicht alle haben. Ich würde von... Ich habe Matrix 1 bis 3, obwohl ich 2 und 3 richtig scheiße finde. Soll ich jetzt noch weiter über sowas reden, oder? Da kommt noch einer. Kommt noch einer! Stirb! Oh, dreckige Köter. Tölle. Judensau. Ich habe nichts gegen Juden. Ich habe nur zum Fisshauspark gespielt. Entschuldigung. Ja gut. Ja gut. Passiert. Passiert. Ohne Scheiß. Guck dir mal die ganze Zeit diese Folge an, wo es da um die Juden geht. Ich weiß. Cartman ist... Cartman ist die Hölle. Ohne Scheiß. Wenn Cartman jemals in der Serie erwachsen werden sollte, hat er echt Probleme im echtes Leben. Aber im Moment verzeiht man ihm das ja noch alles, weil er ein Kind ist. Aber auf dem Punkt, wo er erwachsen ist, hat er ja erstattet. Auf jeden Fall. Ich will gar nicht auch wissen, wie oft der wegen rassistischer Scheiße eingebuchtet wird. Wobei es Amerika, da darf man ja sowas sagen. Ja, nicht unbedingt. Wobei, also der Nächste vielleicht ja nicht mehr. Das wollte ich ja gerade meinen. Oh, was ist da los? Kühe. Büffel. Whatever. Fliegende Büffel aus Avatar. Ja. Flying Bisons. Sechs. Ohne Scheiß. Du kannst mir erzählen, was du willst. Aber in Avatar, das ist eine Welt voller Game manipulierte Wispy. Auf jeden Fall. Sechs-Beinig-Visions. Die fliegen. Äh, Fledermaus-Affen. Ja, genau. Geier-Bienen. Ja, die Bienen. Boah, die Bienen waren krass. Die Geier-Bienen. Ohne Scheiß. Und das Erste, was mir damals einfiel, als ich das gesehen habe, die Japaner und ihre Scheiß-Genexperimente. Ja, das Stimme ist ja, das ist ja nichtmals eine japanische Sede. Ja, ich weiß. Das ist ja nur US-amerikanische Sede. Ja, aber definitiv mit japanischem Einfluss. Ja, sehr viel Einfluss. Ja. Oh. Das ist aber schön hier. Aber The Legend of Korra, ich weiß nicht, das hat nicht diesen Spirit von Avatar. Ah, relativ. Ist ganz brauchbar. die komplette Serie. Aber sie funktioniert eben nur als Komplettes. Und ab im Baum. Ab im Baum. Ja, der lief. Der bengalische Tiger. Ich habe diesen Tiger gefunden. Könnt ihr mir helfen? Rettet ihm sein Leben. Ja, nicht? Okay, dann kann ich ihn wenigstens halten. Wie wohl Tiger schmeckt? Also, ich muss sagen, The Legend of Korra, vor allem die dritte Season, hat sehr viele geile, epische Momente. Vor allem das Lustigste, in Season 3 erfährt man ja den Ursprung des Avatars. Ja, ja. Das ist ja... Also, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Nein, nein, du erfährst den kompletten Ursprung. Okay. Du erfährst, wie der allererste Avatar zum Avatar-Vorpommern. Ja, wie denn? Ich will dich nicht spoilern. Du willst die Serie ja noch gucken. Irgendwann. Ich kann dir sagen, dass der erste Avatar warm ist. Okay. Ich kann dir nur sagen, in der Herkunftsgeschichte spielen diese Löwenschildkröten, wie du in Season 3 von Last Airbender gesehen hast. Mhm. Wo Aang gelernt hat, die Kräfte zu nehmen. Ja. Die spielen da auch eine entscheidende Rolle. Okay. Naja, Komplexgeschichte. Was ein Mistwetter, ne? Ist ja wie hier. Ja. Kann ja gleich hier rausgehen. Ehrlich mal. Das Relikt hat Regen heraufbeschauen. Ein Gewitter. Mieses Relikt. Mieses Relikt. Schäm dich. So. Hier geht's weiter. Wuhu. Was für eine Reliktigegerei. Wir sind Relic Hunter. Kennst du den? Das war auch mal eine Serie auf RTL 2. Eigentlich recht gut. Das war so eine alte. Kannst du sagen, war so Tom Prader angehaucht. Und die hat halt auch Reliktigern. Und natürlich, so ganz Indiana Jones typisch, ist dabei immer in die größte Scheiße ever reingekommen. Okay. Und war eigentlich ganz brauchbar, glaube ich. Aber ich hab da auch nicht viele Folgen von gesehen. Mir wird gerade bewusst, ne, ich war echt noch im Luxus, ne. Zu meiner Zeit gab's im Fernsehen so viele gute Serien, dass du quasi gar nicht mehr alle gleich sind. Ja, ich weiß. Zu meiner Zeit war's ja auch noch so. Leck mich am Arsch, Alter. Ja, aber ich rede jetzt nicht nur so von der Dächtigung. Komm, das war allgemein. Sämtliche Serien. Ich hab das ja noch mitbekommen. Weißt du, woran ich jetzt gemerkt hab, dass ich alt werde? Ich hab gelesen, Sarah Michelle Gellar, der Buffy-Star, wird jetzt 40. Okay. Okay. Weißt du? Das ist halt hart, ne. Das ist hart, ne. Das war ja auch noch. Ohne Scheiß. Ich weiß noch, wie ich in meinen Ferien, in der Schule, quasi, immer nur die Wochentage daran festmachen konnte, was für Serien gerade im Fernsehen liefen. So, das war kaputtes Zeitgefühl. Sechs Monate Ferien, äh, sechs Wochen Ferien. Sechs Monate Ferien, sind das für schön. Wobei, wenn du alle Fähre zusammenrechnen, es kommt sofort auf sechs Monate. Ja, fast. Oh geil, Erniemschacht. Alter, das sah halt, ey, wirklich so aus. Ich hab mal ne Frage, hat der jetzt gerade echt die Laterne eingemacht, obwohl er Scheinwerfer im Auto hat? Ja, die sind kaputt gegangen. Ähm. Ich würd sagen, ich hab einfach Gas gegeben. Perfekt eingeparkt. Das war geil. Das war ein geiles Gefühl auf jeden Fall. Nochmal. Nochmal. Toll. Jetzt hängen wir hier so mit. Ah, da ist Leine. Dreh dich um. Da war Leine zum Ockklettern, glaub ich. Was? Oder auch nicht. Vielleicht hab ich mich auch verguckt, Entschuldigung. Ach, guck, hier kommst du. Ich glaub, ich füge einfach dann die Indiana Jones-Bucke ein. Es wird vielleicht ein Out-Tag sein, aber cool. Indiana Jones, so ein Spiel würde ich mir auch gerne wünschen. Gibt's mehrere von. Aber gute. Aber es ist üblicher Lizenzschrott. Ja, das soll gut sein. Gute Spiele zu filmen gibt es kaum. Dann machen wir welche. Natürlich. Marktlücke, hallo. Wir müssen halt uns nur mit den Lizenzen rumstreiten. Ja, ich glaub, da liegt das größte Problem bei den Spielen. Ach, wenn so Lukas Art sagt, ja komm, hier, macht was ihr wollt, ich krieg 90%. Wäre scheiße, aber wir hätten ein gutes Spiel wenigstens. Das wäre auch mal was. Nur Spieleentwickler werden, damit man selbst gute Spiele zum Spielen hat. Ja, hallo. Muss auch sehen, wo man bleibt. Ja, sicher. Also, wenn ich so meinen Lebensunterhalt finanzieren könnte, mit Spielen entwickeln lassen. Also, ich bin mal gespannt. Wir hatten ja gerade Diskussion mit EA. Ich bin mal gespannt, ob Ubisoft irgendwann jetzt auch wieder abdreht und das vielleicht auch noch so. Glaube ich nicht. Dafür haben sie zu sehr Angst. Ja, das kannst du so nicht sagen. Dann musst du jetzt nur ein bisschen was in der Chefetage wieder wechseln und hast du nicht gesehen. Bedingt durch Alter und hast du nicht gesehen und dann hast du direkt die Arschkarte. Wirklich. Weil das ist ja dieses Schlimme. Also, Firmen haben ja dann immer Angst, dass sie die Trends verpassen. Diesen Trend da drauf aufzuspringen und so. Und ehe du dich dann versiehst, hast du dir so, ach, fickt euch alle. Wir haben keine grünen Blätter. Wir haben, ach so, scheiße. Wir haben blaue Blätter und nass, aber keine grünen. Richtig. Scheiße. Das ist korrekt. Das ist korrekt am Mundo. Ne, und, äh, es ist ja nochmal Fakt, dass in der Multiplayer-Branche, und das ist seit Call of Duty, ist das quasi Fakt. Ja, das ist in den letzten fünf Jahren ständig gewachsen, also sehr stark. Ja, aber Call of Duty war das erste Spiel, oder eins der ersten Spiele, was auf diesen Trend aufgesprungen ist und es hat ja funktioniert. Der ist ja auch wieder von EA aufgekauft. Ja, aber, das war sozusagen der Prototyp, der vorläuft war. Du bist dran vorbei. Ähm, Battlefield war das nächste große, was da glaube ich nachgezogen hat, ne? Ja. Also du kannst ja sagen, bei den ganzen Ego-Shootern ist es ja meist so, da ist ja auch normalerweise so, dass der Haupt, das Hauptaugenmerk halt einfach auf dem Multiplayer liegt, auf der Kiste war's. Bist du dir sicher? Ja, da. Ich hab's blinken gesehen. Adler-Auge ist einfach so. Ähm, ich find das ein bisschen schade, weil, ey, auch in den Spielen, ne? Und ich bin ja, weiß Gott, kein Fanboy, aber ich sag auch, in den Spielen steckt eigentlich so viel Potenzial zu geile, zu richtig geilen Storys. Ja, klar. So Storys, woran man sich auch erinnert. Ja, ich sag dir mal eins, Call of Duty 1, das war noch ein relativ gutes Story-Game, wo aber der Multiplayer-Schiss war. Das relativ macht es direkt schon kaputt. Ja, weil es hat da geile Ansätze und alles. Ja, aber ich rede ja nicht nur von den Ansätzen, die Spiele haben's, haben's, haben die Möglichkeit, meiner Meinung nach, richtig geil, also ähnlich epische Storys. nimm doch die Scheiß. Ähnlich epische Storys zu machen, wie eben halt auch Witcher und so. Das war jetzt nicht ganz so lang, du wirst kein Call of Duty haben, wo du 168 Stunden in der Story verbringen könntest. Wieso denn nicht? Glaube ich nicht dafür. Dann müssten sie den Multiplayer komplett rausschmeißen, weil du musst ja allein wegen der Größe des Spiels, überleg mal wie groß Witcher ist. Ja, klar. Du wirst angegriffen. Aber das werden sie nicht aufgeben. Also sie sollen ja den Multiplayer ruhig dabei haben, aber sie könnten ja die Story so ein bisschen meiner Meinung nach ausbauen, weil dadurch könnten sie zumindest auch noch die Leute eben dazu gewinnen, und die jetzt kriegen sie das Nelken doch einfach. Gelb ist wechselnd. Und jetzt bist du tot. Von einem Hühnchen erledigt. Wie peinlich. Von einem Fiedervieh, das einen urzeitprähistorischen Hintergrund hat, ja? Und? Alle Vögel waren früher Dinosaurier. Scheiß drauf. Mach's mir nicht kaputt. Da bekommt die Idee zum Beispiel, dass man jeden Tag Hühnchen isst. Das ist eine völlig neue Bedeutung, ne? Auf jeden Fall. Ich esse jeden Tag Dinosaurier, was? Ey, tust du? Scheiß, ne? Ich hab mal so eine Überlegung gemacht. Ja. Wenn ich mal so Riff tauchen würde, ne? Und irgendwie einem Hai in die Quere kommen würde, ne? Ganz ehrlich? Ich glaub, ich wär wie so ein Tintenfisch. Ich wär direkt in so einer braunen Wolke gefangen. Jetzt, ganz ehrlich. In dem Moment, boah. Das wär so der, das wär für mich der worst Moment. Also, guck's direkt ne Hai an, Scheiß. Ach, wieso? Solange der dich nicht als Beute sieht, ist das alles gut. Das, äh, also wie gesagt, bei mir wär er ab dem Punkt vorbei scheißen. Ich weiß durch Mittermeier, was das internationale Tauchzeichen für Hai ist. Man, man tut sich die Handfläche oben auf dem Kopf so. Das sieht so krank aus, Alter. Als wenn du so einen Mohikaner machen wolltest. Ach, gestern. Das ist mir unweigerlich, dieses kinderlich, dieses weiße Hals, das ist dumm, dumm. Kennst du das noch? Nein. Ich weiß nicht mehr. Was ist das denn? Ich weiß nicht mehr, wie es genau geht. Das ist ja eine Mission. Wir haben einen Bogen bekommen. Das ist, wir müssen ja hier, äh, jagen den seltenen Weißbauch Tapir mit einem Bogen. Normale Pfeile. Das ist jetzt wohl ne kleine Nebenköstliche, äh, gestattet. Hast du gar nicht mitbekommen, oder? Doch, hab ich, aber. Hier ist ja auch wieder, wir haben ja Crysis 3 gezockt hier, ne? Ja. Und, äh, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Im Prinzip, außer dem Bogen, brauchst du doch quasi keine Waffe in Crysis. Eigentlich nicht, nein. Also, es ist, irgendwie, in jedem Spiel gibt es diese eine Waffe und teilweise ist es die, die in der Theorie eigentlich am schlechtesten ist. Ja. So, bei Crysis der Bogen. Theoretisch, Bogen gegen eine Panzerfaust, hallo? Da würde man auch wissen, was man nimmt und man nimmt immer den Bogen und ist dann der, der krasseste Fick. Ja, weil du schneller und agiler bist halt einfach, ne? Du bist halt der Ficker mit dem Bogen. Ja, das war ja bei, äh, bei, bei, ähm, Dings auch so. Äh, bei Tom Prader, Rise of the Tomb Prader. Da warst du teilweise aber an gewissen Stellen gezwungen, eben auf andere Waffen zu gehen, weil dir die Munition ausgegangen ist. Mhm. Äh, aber ich hab da auch größtenteils nur mit dem Bogen gespielt. Einfach weil, ist leise, ne? Kannst du schön auf Stealth machen und, äh, kannst die Feinde schön aus dem Verkehr ziehen. Ja, klar. Und wenn du gut bist, auch noch relativ schnell, ne? Das hat man auch nicht vergessen. Alle anderen Waffen haben mir immer zu viel Krach gemacht. Oh, ist der Tapir. Ach, da ist der. Nein, das ist ein Schwein. Nein, das ist ein Schwein. Ich seh sowas. Ah, Schwein. Schwein doch keine Feile. Das ist auch ein Schwein, oder? Nee, das könnte ein Tapir sein. Möglich ist es. Das könnte auch eine Rüssel-Sau sein. Er ist nicht weiß. Du bist gerade auf Flammenpfeile ausgelegt. Das ist mir scheißegal. Nein, du sollst ja mit normalen Pfeilen jagen. Erstmal den ganzen Wald abfackeln, einfach weil was könnte. Wir haben aber keinen normalen Pfeil mehr, glaube ich. Ja, damit schon die Hütte. Scheiße. Mit Granaten darfst du den auch nicht jagen, weil das wäre eine interessante Art zu jagen. Auf jeden Fall. Das hat sowas von Homer Simpsons Art zu fischen. Ja. Egal, das Vieh ist ja markiert. Nehme mehr mit. Will er nicht. Ach, ist er. Wieso willst du nicht? Du hast eine Granate geworfen. Nein, habe ich nicht. Ich habe einen Stein geworfen. Vielleicht können wir nur so viel tragen wegen des Dingens. Ich weiß nicht, ob das so clever war. X normaler Pfeil. Ah, okay, klar. Das ist nicht das seltene Ziel. Egal. Ich schau mal. Erstmal die Mission direkt zweckentfremden. Ja, klar. Ist es schlimm gegangen? Nein, ist ja noch markiert irgendwo. Ne, ist es auch nicht. Es muss ja weiß sein. Es muss ja eigentlich weiß sein. Es muss eigentlich weißen Bauchhammer. Wieso können wir denn nicht anmalen hier weißen Bauch? Ach, weiß ich nicht, weil das so unfair wäre. Ah, wir können was herstellen. Cool. Weiterrucksack können wir machen. Das könnte sein. Ich weiß nur, für ihn was braucht man Tapir-Fel. Stand gerade Rucksack, deswegen. Ruckesack. Ruckesacke. Okay, wo ist das Weißbauch-Tapir? Scheißvieh. Das will ich heute noch erleben. Genau. Hallo, putt, putt, putt. Das funktioniert nur bei Wienern. Auch nicht. Das ist ein Irrglauber, aber egal. Wo ich das weiß, keine Ahnung. Ich weiß es halt. Unsere Gesellschaft ist voll voller Irrglauben. Ach, das brauchst du mir? Ich habe jetzt wieder eine etwas ältere, also jetzt nicht vom Alter her, sondern eine, die ich echt lange nicht mehr gesehen habe. Ja. Hat mich in Markov gegrüßt, was mich aber nur verwirrt hat. Früher, zu Facebook-Zeit, wo ich da noch war, hatte ich sie da mal angeschrieben, da wollte sie nicht mit mir reden. Also irgendwie verwirrt mich so. Ja, vielleicht hat sie gesehen, die Zukunft gesehen, wo wir halt voll die Ficker sind, die Multimillionäre und das war's. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, sie wollten mit mir reden, ich habe gegrüßt und habe dann nicht mehr zu den Bindern gegangen, fertig. Ja, so muss das, hallo. Die Mucke ist eigentlich relativ heiß. Das ist halt schon wieder ein Runterlunch, bitte. Ohne Scheiß, die Mucke könntest du genauso gut jetzt bei Ark reinsetzen. Ich werde immer besser mit dem Bogen. Sieh ja schon, komm, gleich spielen wir nur noch mit dem Bogen. Ja, nee, der Bogen ist für mich, hier, boah. Ich sag mal, wenn wir die Köcher erweitern würden, dann hättest du da auch ordentlich Pfeile. Ja, klar. Wäre auf jeden Fall für Sneaken sehr, sehr geil. Ja, das stimmt, das auf jeden Fall. Du könntest auch die grünen Blätter mitnehmen. Könnte ich, ja. Aber such lieber das Tapir, das ist wichtiger. Wo ist das mal hier? Wo ist das perfekte Ding jetzt? Ich tötte einfach alles hier. Es ist mir auch mal eine Art und Weise, wie man das machen kann. Ich tötte einfach alles hier, fertig. Ich tötte euch alle. Ich werde deine ganze Spezies ausrotten, wenn du jetzt nicht rauskommst. Bitte? Ich tötte jeden Einzelnen deiner Familie, komm raus! Und stell dich! Du hörst dich schon an, wie wär's? Vielleicht. Maybe. Hey, da bist du wieder raus aus dem Gebiet. Ja, aber ich guck hier noch im Gebiet rein, weswegen? Du weißt, was ich meine? Nein. Oh. Ganz ehrlich, sowas geht mir eigentlich immer so auf den Sack, denn sollen sie das Tier markieren und gut ist? Ja, nein. Oder sollen meinetwegen sowas machen, lauf in das und das Gebiet rein und dann das Gebiet immer kleiner machen, weißt du? Ja, klar. Aber so nach Spurenverfolgung, so Witcher-mäßig. Ja, ja, aber das hier, das ist doch jetzt schon wieder Zeitschreckung. Ja, klar. Ist halt urscht soft, auch wenn das ist. Deswegen habe ich ja auch zwei, drei Stück davon gemacht und dann hatte ich Lust drauf verloren, weil es ultra langwierig ist manchmal. Ja, ist gut, dass wir das zum Ende der Folge eingefallen haben. Ja, es ist mir erst jetzt wieder bewusst geworden. Das war ein Meisterplan. Tapir, komm raus. Ansonsten wirst du aus dem Spiel rausgeschnitten. Wir können sowas. Was machst du mit den Geldern? Weil das sind hier für Jagd. Vielleicht können wir da ja uns irgendwas zusammenbauen. Wollte Rucksack voll. Herstellung, mach Herstellung ein bisschen was weg. Jagd. Jagdinstinkt. Ja, davon haben wir sogar noch welche. Pack die, die weiß ich nicht nach rechts oder so. Mal schauen, ob wir dann was Besseres bekommen. Ich glaube nicht. Was macht Jagdinstinkt eigentlich? Keine Ahnung. Siehst du jetzt die Tiere besser oder was? Wirklich. Ah, guck mal. Da das das einzige Tier ist, das hier noch in der Umgebung rumstreift. Ich vermute mal, das ist das Ding. Das ist eine miese Sau. Guck mal, wie er sich versteckt hat da. Die alte Drecksau. Mach's von oben direkt dazu. Bitte. Das ist es. Das ist festgepackt. Wilderer. Huhuhu. Aber das hat sich echt bischisfestgepackt hier, ne? Boah. Ach, guck mal, da hinten waren auch noch welche. Reiner Glückstreffer, ne? Ne, da werden die alle Tiere an. Gezeigst. Ja, ja. Aber hier rechts rum sind hier auch noch welche. Das meinte ich. Ja, gut. Dann haben wir die Mission ja geschafft, ne? Ja, und sagen, denke ich mal auch an, so an der Sonnenschnille. See you guys. Und seht das nächste Mal, wie es so weitergeht mit Fuck right right. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter. Und für alles andere sind die Kommentare below. So. Ja. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017